Einen gesunden Salat ruiniert man mit diesen gekauften Dressings, denn die sind voller Zucker und Chemikalien. Warum nicht selbst machen? Ich habe hier Essig, frisches Basilikum, ein paar Himbeeren, etwas natives Olivenöl und nun alles mit viel Vita-Mixen. Mit der genialen Pulsierfunktion mixe ich kontrolliert bis zur Konsistenz, die ich möchte. Ein gesundes und leckeres Essen, ohne extra Zucker oder Konservierungsstoffe. Als Ernährungsexpertin ist mein oberstes Gebot, Menschen zu einem gesünderen Lebenswandel zu bewegen. Und der Filvita-Nutri-Mixer ist die perfekte Lösung dafür. Das ist gut. Filvita ist der Wahnsinn. Er ist super leicht zu bedienen. Ich verarbeite eine Menge Obst und Gemüse und wir versuchen beide morgens gesund zu essen und fit zu bleiben. Das macht unsere Morgen so viel leichter. Ist echt wunderbar für unseren Lifestyle.